Willkommen liebe Leute, es war der Trophäe-Tipp hier in Wildlands, diesmal tot von oben, dafür müsst ihr einen Gegner mit einer Drohne in die Luft jagen, das geht natürlich hier nur, wenn ihr in die Fertigkeiten reingeht und unter Drohne hier, das Ganze auswählt mittels den Sprengladungen, reicht schon hier Level 1, ihr braucht nicht hier Maximum haben, für andere Trophäen schon, aber hier in dem Fall reicht hier Nummer 1 aus, dann dementsprechend müsst ihr hier unter Ausrüstung reingehen und hier die Drohne auswählen. Von meinem Fall jetzt hier EMP auf Sprengladungen wechseln, die ausgerüstet, geht ihr zurück in das Spiel, wo ihr das natürlich macht, ist egal, ich empfehle euch einfach nur Gegner zu wählen, die im Freien stehen, also hier nicht unbedingt Gegner, was ich in Gebäuden oder sowas hier, weil es doch dann wesentlich einfacher ist, was ihr macht. So, wenn ihr Soldaten nehmt und oder diese Unidad-Soldaten, ist scheißegal, gehen sowohl als auch beide, na ihr solltet nur keine Rebellen oder Zivilisten erwischen, das geht nämlich nicht. So, dann, soweit ihr das habt, schickt die Drohne los mit dem Steuerkreuz nach oben, dann fliegt das ganze Ding hier und ihr geht einfach nur zu den Gegnern hin und ihr seht schon links steht es dran, Explosion R3, das heißt ihr geht da hin, in die Nähe von den Gegnern, gut, hier wären jetzt auch noch drei Rebellen, also relativ kacke, aber egal. Ähm, so, da hin, zu den Unidad-Soldaten und dann einfach nur R3 drücken, Bäm. So, das war's, in eurem Fall wird jetzt die Trophy aufploppen, bei mir leider nicht, weil ich hab die Trophy ja schon hier in meinem Livestream scanlockt, aber ich verspreche es euch 100%ig, klappt das Ding so für euch. Ja, das war's in diesem Fall, haut rein, wünsche euch was, servus und ciao. Ja, das war's in diesem Fall.